Heute ein kleiner nützlicher Helfer, der euch in vielen Situationen bei eurem Tauchgang unterstützen kann. Hallo und herzlich willkommen bei Divesupport, eurem Tauchshop in München und natürlich auch online unter divesupport.de. Heute im Video ein ganz kleiner nützlicher Helfer, der in vielen Situationen einfach ein bisschen mehr Sicherheit bringen kann, nämlich ein Spiegel, ein kleiner Spiegel, den man hier unter Wasser verwenden kann. Man kann ihn hier, da sind diese Bungees mit dran, man kann ihn hier bequem auf den Arm auffädeln, dann hat man ihn immer dabei oder man kann ihn natürlich, oder hat ihn immer gleich griffbereit, aber man kann ihn natürlich auch zusammenpacken, Karabiner, Doppeländer hin und mit in die Tasche stecken. Wozu kann man so einen kleinen Spiegel gebrauchen? Zum einen könnt ihr damit einfach nach hinten gucken, also ihr könnt einfach mal schauen, was ist da hinter mir los, wenn ihr etwas hört. Also wenn ihr irgendwie hört, dass vielleicht an eurer Flasche Gas austritt, dass sich irgendwelche Blasen bemerkbar machen oder wenn euer Tauchpartner euch anzeigt, da hinten sind irgendwie so ein paar Blasen, da tut sich etwas und dann ist man sich vielleicht, er sagt zwar, das ist schon in Ordnung, der Tauchgang kann schon noch so weit gemacht werden, also man muss ihn nicht sofort abbrechen, aber dann will man vielleicht auch wissen, was ist denn da hinten los. Und dann kann man eben mit diesem Spiegel schon ganz gut hier nach hinten gucken und vielleicht schauen, wo kommen denn die Blasen raus und vor allen Dingen, wie viele sind es, wie schaut es denn aus dort hinten. Auch beim Reweaser-Tauchen ist das oft mal sehr beruhigend, wenn irgendetwas ist und man einfach nachschauen kann, ohne dass man hier am Ende noch das Gerät oder sonstige Dinge ablegen müsste. Also hier einfach ein wunderbarer Blick nach hinten. Dabei ist auch der Spiegelbereich oder wie sagt man, der Winkel des Spiegels sehr, sehr breit. Also man sieht da wirklich gut. Ich war da am Anfang auch etwas skeptisch, aber man sieht mit diesem Spiegel wirklich einen deutlichen Bereich hinter sich. Das ist nicht nur so ein Punkt, sondern man sieht hier schon sehr, sehr viel. Eine andere Möglichkeit ist es natürlich auch, um seine Tauchgruppe besser sehen zu können, gerade wenn man als Guide unterwegs ist. Dann kann man vielleicht einfach auch nur mal kurz in den Spiegel gucken, muss sich nicht immer umdrehen. Wo sind meine Leute, wenn sie diszipliniert beieinander bleiben? Dann ist es einfach nur ein kurzer Blick hier rein und ich kann nach hinten schauen und sehe dann letztendlich auch, was passiert. Also ihr seht hier ein schönes, kleines, flaches Ding, das man problemlos mitnehmen kann und vielleicht eine oder andere Situation dann angenehmer gestaltet, wenn man es dabei hat. Ist jetzt sicher nicht ein Produkt, das lebensnotwendig ist, das man unbedingt dabei haben sollte, aber es macht einem das Leben vielleicht mal ein bisschen leichter oder angenehmer, wenn man mal in so einer Situation ist. Und darum finde ich das eigentlich eine ganz gute Sache, die wir jetzt natürlich auch neu im Online-Shop haben. Den Spiegel kann man austauschen, wenn der mal kaputt gehen sollte. Das gibt es auch als Ersatzteil. Und ansonsten, glaube ich, gibt es nicht mehr allzu viel zu sagen zu diesem kleinen Spiegel. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Lasst uns einen Daumen hoch da, lasst uns ein Abo da, bleibt noch ein bisschen auf unserem Kanal und bis zum nächsten Mal bei Dive Support. Bis zum nächsten Mal.